Mir bleibt nichts mehr übrig, als nur ziemlich schnell hier durchzulaufen, durchzuspringen. Und ich hoffe, dass sie mich nicht kriegt. Ja, komm, spring, spring. Und noch einmal, zack, ja. Und was nun? Ah, ich weiß nicht, wo soll ich mich verstecken. Hier, da drunter. So, jetzt kriegst du mich nicht. Oh ne, oh ne. Nach vorne, nach vorne. Und laufen, laufen, laufen. Mh, ist nicht möglich. Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuesten Gameplay von dem neuesten Spiel, Kleine Albträume 2. Oder auf Englisch Little Nightmares 2. So, wir fangen wieder hier an. Wir gucken uns das Ganze hier an, was wir hier haben. Ich kenne hier noch gar nichts. Ja, das fängt schon gut an. Ich kenne hier noch gar nichts, weil das Spiel ist vom 11. Februar. Und ich bin genauso wie ihr alle gespannt, was es hier so gibt. Ne, klettern kann ich nicht. Na gut. Hier sehen wir einfach nur Klamotten, Fernseher. Ich behaupte, dass diese Fernseher irgendwie Teleport sind oder sowas in der Art. Aber wir können bestimmt von einer Dimension zu der anderen Dimension zu springen. Oh, Mr. Schu. Du kommst mit. Ich dachte, vielleicht geht es. Oh. Können wir hier rein. Komisch. Toilettenpapier für Corona-Zeit. Komm mit. Ich habe gehofft, dass wir etwas entdecken. Aus dem Weg. Ich bin noch mutig. Aber hier bestimmt passiert irgendein Scheiß gleich. Ups. Das wusste ich nicht. Okay, das war nur ein Traum. Nur ein Traum. Und was ist mir hier? Ja, ich weiß, dass du mich rufst. So, Leute. Ich bin schon tausendmal hier gestorben. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Hier muss etwas geben, was mir hilft. Hier komme ich nicht weiter. Sie ruft mich. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Wieder zurück komme ich denn nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du mich rufst. Aber was ist denn? Vielleicht müssen wir runter. Geht das? Kannst du runterziehen? Nach oben auch nicht. Okay, dann nehmen wir erst mal Schwung. Ah! Mann, Mann. Dann komme ich automatisch bestimmt hoch. Jo. So, jetzt Schwung nehmen. Und... Go, go, Power Ranger! Do, 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 do. Aha. Ist auch so ein System. Das muss ich bestimmt unterschieben. Sehr schlau. Sie ist oben. Und hier. Und wir können uns gegenseitig helfen. Was muss ich dich hier jetzt... Ah, ja, genau. Ich wieder. Sehr gut. Okay. Komm mit. Ich will aber trotzdem einmal gucken, was ist hier. Guck mal. Ein Geist gefunden. Das war richtig schlau. Okay. Wieder von vorne. Ach, so dumm kann man doch nie sein. Scheiße. Okay. Volle Konzentration. Schon tausendmal gestorben. Anlauf nehmen. Bro. Ja, guck mal. Auf einmal springt er so weit. So, haben wir den Geist hier aber nochmal. Ja, wir haben das. Da. Bra. Ich dachte schon, ne? Ja. Ja, jetzt kommt sie nicht wieder, ne? Fuck you, Bryce. Also, wenn sie nicht da sitzt, ne? Und nicht wartet. Dann bin ich so langsam wie so ein Scheiß. Okay. Bringen. Top. Steuerung ist perfekt. Und deswegen kommen wir auch weiter. Okay. Das hört sich nicht gut an. Jemand spielt hier mit. Ne, das geht nicht auch. Gut. Müssen wir hier rein. Uff. Scheiße. Ah, ich muss mich verstecken oder was? Oder ausschalten. Das frisst mich auf, glaube ich. Der Gamepad vibriert hier wie verrückt. Laufen kann ich auch gar nicht. Was mache ich jetzt? Zum Fernseher gehen? Was ist das für ein L? Was ist das für ein L? Ja. Ah, das ist das für ein L? Ja. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was ich mir ja wohl an. für solche dummen menschen wie ich ist es einfach zu schwer okay wir laufen in slow wie in max pain 2 kommen jumpen geht gar nicht es leiden es hat mich bestimmt reingesaugt und six hat mir geholfen oder habe ich recht oder habe ich recht es ist die zeit ein nom zu werden kleine so kräftig ist das denn hier alles dreckig alles hier liegt draußen musik gibt auch so diese ganze laune wie in silent hier bestimmt gibt es hier immer wieder etwas muss man ziehen sich hier schon geht einfach durch mich die durch einen geist ja das reicht schule das ist das was die im trailer gezeigt haben ich will zu schaukeln okay okay Bücher, Rucksack, ja, 100% Bros. Der schlimmste Albtraum ist die Schule. Warum kann ich nicht so sitzen? Guck mal, noch was gefunden, ich weiß immer wieder nicht, ist das zum Seif. Ich habe zum Scheife. 6.40 hier zu Hause. Das müssen wir auch ausnutzen, 6. Hey. Ah, guck mal, da ist noch was. Ich dachte wir müssen hier rein, aber bestimmt müssen wir klettern. Hier nichts? Ne, hier geht nichts auf. Oh, ich habe was entdeckt. Wieder Hütte oder was? Ohoho, smiley face. Wir nehmen jeden Scheiß auf den Kopf, ehrlich gesagt. Kommst du mit? Wir gehen hoch. Bleib nicht da unten. Wir brauchen dich. Ja, wenn mich jetzt gleich jemand fängt, sind wir das schon auch geil sein. Ach nee, ist alles friedlich. Neu gut? Ne. Reicht auch, ne? Da. Da. Und wo. Schuhe. Du hier. Eine Dose. Duff Bier. Von Homer Simpson. Licht. Die besten Schüler aller Zeiten. und da ganz hinten ist Mike Myers, bestimmt ganz links. Ich werde erstmal den Hebel nicht betätigen, weil ich nicht weiß, was es macht. Was ist das denn? Was für heftige Oma. Oder das ist noch nicht gut. Was? Ich brauche das? Oder wir spielen. Dieser Raum sieht schon heftig aus. Spielzeugung. Ups. Ich will aber hier drücken und da drücken. Vielleicht muss man das dringend überspringen. Ah, das geht nicht. Hey. Und Leute, hier machen wir einen Cut. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte ein Like geben. Dann weiß ich auf jeden Fall 100% dass euch dieses Spiel gefallen hat. Dass ihr das nicht umsonst mache. Und dass es nicht langweilig ist. Ich danke euch. Danke für die Aufmerksamkeit, die ihr mir geschenkt habt. Und ich bin gespannt auf dritter und vierter Teil. Wir sehen uns. Danke und mach's gut. Danke. 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 Danke.